Hoffnung und Glorie, heute bei uns in einem kleinen Spezial-Talk. Willkommen bei Kino Plus. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Spezial-Item hier bei Kino Plus. Meine Übersetzung war natürlich komplett falsch. Es heißt natürlich Hoffnung und Ehre. Und wir reden heute über einen Kurzfilm namens Hope and Glorie aus dem Mad Max-Universum. Und das mache ich natürlich nicht ihr alleine aus Spaß an der Freude, sondern weil ich zwei der Macher hier sitzen habe. Zum einen den Johannes. Du warst der Kameramann, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, jawohl. Kameramann und Produzent. Und Produzent. Okay, aber Produzenten waren die alle, glaub ich, ne? Ja, Produzenten waren die alle, ja, genau. Und da wären wir nämlich bei einem anderen Produzenten. Da wären wir nämlich beim Erik, der aber auch gleichzeitig noch das Drehbuch geschrieben hat. Du hast auch noch mit dem Adrian zusammen Regie geführt. Du hast, ich glaube, beim Schnitt ein bisschen rumgefummelt. Und die Storyboards. Und die Storyboards gemacht. Und auch noch mal ein paar Effekte, wenn ich das richtig gesehen habe. Mad Paintings, ja. Ja. Also, diese beiden Herren waren neben 275 anderen Filmschaffenden, wenn ich das noch richtig auf dem Zettel habe, an eben dem Internet-Fanfilm, Mad Max-Kurzfilm Hope & Glory beteiligt. Beziehungsweise es kam so ein bisschen aus deiner und Adrians Richtung, kam die Idee, dass man das quasi umsetzen darf. Ja, bevor wir da einsteigen, ja, muss ich natürlich traditionsgemäß hier erst mal euch beiden Herren fragen, was ihr zuletzt gesehen habt. Bei dir, Erik, weiß ich das, denn wir waren gestern zufällig zusammen in der gleichen Vorstellung von Mad Max Fury Road und saßen auch nebeneinander, was ich natürlich nicht wusste, weil, ähm, na ja, ich wusste nicht, wie du aussiehst. Also, beziehungsweise ich wusste nicht, ich hab, ich kam im Dunkeln in den Saal rein und hab dich nicht so gut erkannt. Dementsprechend wusste ich nicht, dass du das bist. Aber Johannes, was hast denn du als Letztes gesehen? Ja, ich hab tatsächlich auch ne Mad Max-Film gesehen, Furiosa. Also, ich war im Kino in, äh, letzte Woche, glaub ich, Montag. Das war der allerletzte Film, den du gesehen hast? Ja, weil ich bin grade im Job und, äh, beim Film arbeitest du 13 Stunden am Tag, da ... Hab ich mal gehört. Ja. Da bleibt nicht so viel Zeit, ja. Und was sagst du, Furiosa? Ähm, bildgewaltig. Es gibt Dinge, die mir sehr gut gefallen, es gibt Dinge, die mir nicht so gut gefallen, ähm, ja, also ... Und ja, jetzt natürlich die Gränchenfrage, ne? Also, nicht so gut wie Fury Road? Leider kann ich nicht ganz gut mithalten, ja. Ja. Und im Vergleich zu Hope and Glory, nein, fies. Das musst du bewerten. Das ist so eine faire Frage. Nein, nein, nein. Ja, ähm, aber trotzdem, also, du würdest dich als Mad Max Ultra bezeichnen? Ich bin kein Mad Max Ultra, denk ich. Also, ich zieh mir jetzt nicht die postapokalyptischen Kostüme an in meiner Freizeit, aber, ähm, die ... Also, Fury Road ist so der absolute Wahnsinn, dass man das, äh, als Vorbild auf jeden Fall auch sehen kann. Und, äh, ich mein, ich glaub, Mad Max Ultras, ähm, kommt auf die Definitionssache drauf an, aber so ein bisschen Ultras sind wir schon, ja. Ich glaub, sonst hätten wir nicht dreieinhalb Jahre unseres Lebens, äh, da reingesteckt. Aber trotzdem, ja, wir gehen nicht auf Wasteland Weekends oder Burning Man und all das. Ich bin auch zum Beispiel nie in all den Jahren selbst um Steuer gesessen vom Interceptor. Also, ich saß nebendran und so, aber es hat mich zum Beispiel nicht gereizt. Also, ich bin nicht so der Rav Head, äh, wie's die War Boys sind, die unbedingt das Warwick fahren wollen. Du bist nicht mal die Karre gefahren, die ihr dann in eigenem Film quasi reingebaut habt. Das ist richtig. Okay. Dieses Bedürfnis hatte ich nicht. Also, ich hab lieber gerne drauf geguckt, wie's da durch die Gegend gedüst ist. Ja. Ja, gestern noch mal Fury Road. Richtig. War geil, oder? Fantastisch. Also, dieses 2015er-Erlebnis, das zum ersten Mal zu sehen, damals im Zoopalast in Berlin, ist bis heute eines meiner eindrücklichsten Seherlebnisse tatsächlich. Das war, äh, ja, ich hatte das Gefühl, dieser Film ist für mich gemacht. Das ist wirklich so, da hat alles gestimmt. Ich hab als Kind eben auch, weil ich so vom Visuellen herkomm, vom Zeichnen, auch eben riesige Mengen Autos gezeichnet, die irgendwo durch die Wüste heizen und all das. Noch bevor ich überhaupt Mad Max gesehen hatte. Und als ich das gesehen hab, waren eben so Kindheitsträume, so Bilder aus meinem Kopf, minus dem Gitarristen, den hatte ich mir nicht vorgestellt, da plötzlich zu brachialem Leben irgendwie erweckt wurden. Aber war Fury Road der erste Mad Max-Film? Nein, ich war ja damals 25, nein, nein, ich hab natürlich alle anderen gesehen. Nur hat Fury Road mit dieser Energie und auch mit diesem brachialen Sound, der noch bei den anderen Mad Max-Filmen nicht so im Vordergrund stand, aber hier, ne, die haben nicht umsonst tatsächlich Oscars gewonnen, in all den Kategorien, einfach die volle Breitseite auf die Zuschauer abgefeuert. Und ich saß irgendwie an so einem Sweetspot, wo einfach alles perfekt gepasst hat. Publikum war toll, das war wirklich so ein Tag, wo ich dachte, ja, so muss Kino sein. So war's jetzt lange nicht mehr und ich denke gern dran zurück. Ja, also der Score von Tom Holkenborg ist mir gestern auch noch mal wirklich sehr positiv aufgefallen. Ich hör den schon seit, ja, seit ich Furiosa gesehen hab, hab ich mir den Score sowohl von Furiosa als auch von Fury Road auf meine Spotify-Score-Liste gepackt, die ich halt immer zum Autofahren höre. Und, ähm, ja, ich hatte das irgendwie eine lange Zeit lang nicht so präsent, aber der Score ist halt einfach, allein schon dieses Döhm, 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 ja, dieses direkt am Anfang, wenn er da durch die Wüste gezerrt wird, so, das fand ich schon immer cool. Aber, ja, bei der Motorradverfolgungsjagd, wenn sie Motorräder halt links und rechts durch die Gegenspringen die Bomben da drauf fallen lassen und dann halt auch im Anschluss, wenn quasi das Drama um Splendid, glaub ich, heißt sie, ne? Splendid heißt sie, die schwangere Dame hier, die, äh, vom, von Immorten Joe überrollt wird, ähm, dieses ganze Thema. Und dann halt auch im, 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 im Sandsturm, wenn das Auto dann so wegfliegt und so, ich, dieses E-Bestehen, oh, da krieg ich keinen Sau. Ähm, das find ich so, so großartig. Also, jeweils alles so. Und, ähm, gestern noch mal ... Und die hoffnungsvolle Note auch zum Schluss bei dem ab. Also, das ist ja so das schönste Gefühl, mit dem man Mad Max entlassen kann, anders als bei unserem Film, äh, dass man, äh, dass man irgendwie so denkt, ja, vielleicht hat er so einen quäntischen Frieden gefunden. Ja, das ist auch ganz, ganz toll. Einfach nur diese Blicke, die ja auch mit jahrelangem Abstand auch gedreht wurden zwischen den beiden. Ähm, weil das Ende ja ... Also, die haben ja nur 880 Tage in Namibia gedreht damals, hatten aber weder Anfang noch Ende. Und dieses ganze Drama ist so eine eigene Geschichte für sich. Ja, also, einfach Wahnsinn, dass unter all diesen widrigen Umständen so was dabei rauskam. Ja, also sogar ein Film, wo du halt sagst, okay, er fängt hier an und er ist hier zu Ende und es ist alles fein. So, dass das nur einfach hin und zurück ist, so ... Es stört mich in dieser Gleichung so gar nicht. Wirklich so gar nicht. Das hab ich gestern noch mal festgestellt. Naja, sie fahren in die eine Richtung und sie fahren wieder zurück. Scheiß drauf. Ja, es geht ja im Einzelnen um diverse Punkte, die da irgendwie ... Er muss irgendwie versuchen, loszukommen von dem, was ihm verfolgt. Sie möchte endlich dahin, wo sie halt schon Ewigkeiten nicht mehr war. Und mit Furiosa jetzt, finde ich, gewinnt auch Fury Road noch mal eben eine ganze Menge an Dimensionen. Total. Man merkt ja jetzt durch Furiosa, beziehungsweise man hätte es auch schon durch den Comic, ähm, auch schon erfahren können, dass Fury Road halt in so einer Welt eingebettet ist, die so viel größer ist als das, was viele Leute, die es gesehen haben, ähm, irgendwie erwartet hätten. Ähm ... Vielleicht ist das ... Genau, das auch verstanden haben. Vielleicht ist das aber auch manchmal irgendwie so ein bisschen ... Ja, mehr Segen als Fluch. Dass du halt wirklich was Kleines und Kompaktes hast. The Raids zum Beispiel. Wusste ja auch keiner, dass da irgendwie noch eine richtig große Mafia-Clan-Verschwörung und Verbindung und was weiß ich und Korruptionsskandal und so im Hintergrund ist. Nein, die Leute sind reingegangen, haben gesehen, da gehen Typen in ein Haus, müssen sich aus dem Haus wieder rauskämpfen und dann ist gut. So, ja, also einmal hoch und wieder runter. Einmal hin, einmal wieder zurück. Also, ich find, manchmal ist es halt auch einfach ganz gut, dass es nur so ... Bisschen wenig vielleicht ist, inhaltlich. Aber wenn's halt richtig ausgeschmückt wird ... Und dass man sich als Zuschauer so eine Welt auch selber drum umbilden kann. Also, das find ich auch ... Ja, das kommt noch dazu. Ja. Ja. Gab es oder gibt es einen bestimmten Film oder eine bestimmte Zeit an Filmen, die euch dazu veranlasst hat, das zu machen, was ihr jetzt macht? Du meinst, Filme machen im Allgemeinen? Genau. Naja, du bist ja ein bisschen mehr, da komm ich gleich noch drauf zu sprechen, aber halt so jetzt generell, dass ihr euch quasi mit all dem beschäftigt, womit ihr euch gerade beschäftigt, ist das entstanden aus, ja, sowohl einer großen Liebe fürs Thema Kino oder halt anhand eines bestimmten Films? Bei mir ist es nicht anhand eines bestimmten Films oder auch nicht irgendwie anhand von einer Ära oder sowas. Ich bin, glaub ich, tatsächlich eher so reingestolpert, auch in die Kameraarbeit. Ich bin auch ohne Fernseher aufgewachsen, ohne irgendwie den großen Kontakt zu einem Kino. Das ist halt total verrückt, was jetzt auch irgendwie so mein Lebensweg irgendwie hier ergeben hat. Und trotzdem hat irgendwie alles irgendwie darauf hingezielt. Also, ich musste vieles nachholen noch, tatsächlich. Aber wann hast du gemerkt, ich will Kameramann? Also, beziehungsweise hat man jemandem gesagt, ey, hier, halt mal. Und dann ist ein Bild bei rumgekommen oder eine Szene bei rumgekommen, wo jemand gesagt hat, oh ja, das ist cool, mach mal weiter. Oder? Jein, also, es gibt tatsächlich diesen einen Moment, wo ich meine erste Kamera in die Hand bekommen hab, von meinem besten Kumpel, dessen Familie damals eine Kamera hatte. Und ich hab diesen Moment noch total vor Augen, wie ich diese Kamera in der Hand halte und auf Rekord drück und diesen Moment festhalte. Es war in einem Familienurlaub. Und ihn dann noch gefragt hab, so, wie beendet man jetzt die Aufnahme? Ja, genau. Und da, ja, da hat der Funke schon begonnen. Und dann über das Abi oder über die Schulzeit hinweg, irgendwann hab ich meine erste Kamera gekriegt, dann noch eine zweite. Und dann hat sich das so aufgebaut. Und irgendwie war klar, nach der Schule wird's was Richtung Film. Und ja, so bin ich irgendwie immer weiter reingerutscht. Und irgendwann war klar, es wird Spielfilm werden. Und dann hab ich parallel dazu, dass ich noch immer als Kameraassistent auch arbeite. Allerdings versuch halt bei großen Projekten, Kino, internationalen Filmen oder Serien irgendwie zu arbeiten, um da Erfahrung zu sammeln. Parallel aber halt einfach super viele eigene Filme drehe. Und da, dass eigentlich ein ziemlich coole Kombi ist. Also so dieses Wissen, das ich auch da irgendwie bekomme, dann auch in eigene Projekte umzusetzen. Und dann eben auch so eine große Spielwiese mit Hope and Glory irgendwie zu haben, wo man sich so wahnsinnig ausleben kann. Und dann auch noch viel intensiver mit den Mad Max Filmen und mit Fury Road auseinandersetzen. Und auch überlegen, okay, was gefällt mir von Fury Road, was gefällt mir auch von den ersten Mad Max Teilen. Ähm, und da so eine Mischung draus zu machen. Und ich find, wir haben wirklich aus jedem Mad Max Teil, zumindest eins, zwei und vier, haben wir Elemente übernommen. Und, äh, ja. Nicht aus dem dritten. Ich merk hier eine latente ... Ja, ich ... Ich merk hier so eine latente Abneigung gegen den dritten Teil. Ich glaub, es war die MTV-Videomusik, äh, Musikvideo-Optik, die dir nicht so gefallen hat, wenn Tina Turner da so von hinten beleuchtet ist, mit so Stradern. Ich kann damit was anfangen, aber ... Ich fand das geil, auch hier Sachsen-Phonist, der da oben ist, so, ne? Also, das fand ich schon ... Ja, gut, das ist Hades, ne? Was willst du sagen? Ich bin da kein Hater oder so. Nein, nein, nein. Aber, ja. Kannst du ein paar Titel nennen, an denen du schon mitgemacht hast? Wo du jetzt irgendwie ... Sowohl als Kameraassistent als auch als Kameramann? Ähm, ja, Kameraassistent bei Hunger Games war ich dabei. Bei dem letzten? Ein paar Tage, genau. Bei dem Songbirds ... Songbirds und Snakes. Genau, ja. Ähm, dann, äh, Netflix bei Crooks war ich dabei. Oh, hiermit. Auch für ein paar Tage. Betty Lau. Ähm, und jetzt bei einem Wes Anderson-Film, da darf ich noch nicht mehr zusagen. Hier in Deutschland? Oder anderswo? Das, äh ... Nee, das ist schon bekannt, das in Deutschland getrieben wurde. Ja, okay. War hier in Deutschland. Ja, ich war hier in Deutschland. Nice. Hast du mit ihm Kontakt gehabt? Weil man, man hat ja über die Jahre hinweg mitbekommen, dass der ja schon irgendwie auch sehr viel mit Remote und so arbeitet und an anderen Orten ist und sich da auffällt und dann seine Crew über die Welt hinweg dirigiert. Genau, er ist ein ganz eigener Charakter am Set. Ähm, und man versucht, das Set möglichst klein um ihn rumzuhalten. Also, wer hat einen Blickkontakt, aber wir haben nicht miteinander gesprochen. Also, es ist, äh, genau, doch sehr, sehr fokussiert, äh, und, ja, genau. Ist das für dich schade, oder denkst du dir, oder ist das so was, was man schon, sag ich mal, als, ja, Business as usual, also wirklich, es gehört einfach dazu, abgespeichert hat, um dann gar nicht mehr auf diese Gedanken zu kommen, von wegen, oh, einmal mit dem D.O.P. babbeln oder einmal mit dem Regisseur babbeln, oder? Das find ich, glaub ich, das Schöne und Spannende am, am, wenn man bei solchen Sets arbeitet, dass es halt total normal ist. Das sind einfach nur ganz normale KollegInnen und da muss man nicht, äh, irgendwie den Fanboy oder so was raushängen lassen. Ähm, und man arbeitet halt zusammen und, äh, genau, ich kann nicht mit jedem von den 150 Leuten am Set irgendwie mich unterhalten. und dann ist halt, äh, er halt auch einer von denen, die, mit denen ich mich nicht unterhalte. Du willst dich ja auch nicht mit jedem unterhalten, du willst dich ja beendet sein. Nein, also, das war jetzt auch mein Bedürfnis jetzt nicht so. Echt? Ich könnte es, glaub ich, nicht. Ich wär da immer noch Fanboy, Leute. Also, ja, ich weiß, wenn's irgendwie ne Szene gibt oder sonst was, dann würd ich niemals hingehen und sagen, ey, sag mal, wie hast du das damals gemacht? Aber so abseits, ne, Szene, Take, Schnitt, Action, oder was weiß ich, Wrap it up for today, oder was weiß ich, aber dann würd ich da hingehen. Also, dann würd ich sofort da hingehen und sagen, hey, Entschuldigung, ich hätte mal ne Frage. Aber gut, das finde ich. Ja. Erik. Ja. Dein Werdegang interessiert mich nämlich auch. Interessiert mich auch brennend. Denn du bist Visual Storyteller. So nennst du dich zumindest selbst laut deiner Webseite. Du hast Comics schon entworfen. Ja. Hast Regie geführt, bist Produzent. Wie ist das alles entstanden? Ich glaub, einfach in Bildern Geschichten erzählen ist eine große Leidenschaft. Das hab ich schon als Kind eben gemacht, mit Wachsmalkreide. Und als ich Winnetou zum ersten Mal gesehen hab, das ist also Winnetou, Indiana Jones und Halloween, sind so die drei prägenden Filme, würd ich mal sagen, hab ich halt so verschiedene ... In welchem Alter hast du die gesehen? Zu früh. Mein Sohn hört zu, der wird jetzt bestimmt gleich, oh, guck mal hier, der hat auch schon Indiana Jones zu früh gesehen. Ja, ja. Aber ich hab mit dem Kreuzzug angefangen, tatsächlich. Ja gut, der ist ja noch ein bisschen harmlos. Tempel des Todes hab ich mir heimlich angeguckt. Wie wir alle. Genau. Ist auch mein Liebling tatsächlich. Ja. Das ist so ... Er ist so wild und so drüber. Und ich weiß, dass da einiges nicht ganz korrekt ist. Aber ich hab meinen Spaß damit. Ich glaub, Swieberg war ja da auch in einer etwas finsteren Phase. Die sich da halt eben ... Und John Sugar's auch, genau. Ich glaub, irgendeiner von beiden war ja in der Scheidung grade. Und es hat sich wohl alles auf diesen Filmen, in der Islam. Naja, so ist es halt. Ja, also, Indie ... Winnetou. 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 Ja, warum? Also, meine Eltern, beziehungsweise mein Vater, der war im Prinzip so da dafür verantwortlich. Wir sind mit Klassikern groß geworden. Wir haben alte Filme zuerst geguckt, weil er immer gedacht hat, wenn er uns Kindern, wir sind vier, neues Zeug zeigt, dann haben wir nachher Schwierigkeiten, mit dieser Geschwindigkeit klarzukommen. Mit der Erzählweise und auch allgemein so. Es ist nachher einfacher, wenn wir automatisch mit unserer Peergroup irgendwie dann das Aktuelle irgendwie mal sehen, wenn wir andersrum anfangen. Und so bin ich nun mal mit dem Winnetou-Film, Edgar Wallace-Film, den ganzen Schwarz-Weiß-Klassikern, in viel amerikanischem Kino auch groß geworden. Abgesehen von Winnetou und Edgar Wallace eben. Und habe mich einfach darin verliebt, dass halt eben in diesen Abenteuergeschichten so viel Menschliches und so viele tolle Themen irgendwie verwurschtelt werden können, ohne dass es halt einfach heutzutage in einer Loft irgendwo spielt oder in einer Stadt, die ich kenne. Also in der Realität, dass ich woanders sein konnte. Und da reicht es natürlich auch schon, wenn man nur einen amerikanischen Film anguckt, weil da schon die ganze Umwelt aussieht wie einfach was anderes. Und das ist auch das vermutlich, warum Leute Schwierigkeiten haben, deutsche Filme so zu akzeptieren. Weil sie, wenn sie jetzt einen Film aus Hamburg angucken oder aus Berlin oder München, das halt total abgleichen. Und wenn da irgendwas nicht passt und da irgendjemand um eine Ecke geht und dann stimmt da schon irgendwie geografisch irgendwas nicht mehr, dann sind die raus. Und dann fühlt sich das irgendwie nicht irgendwie filmisch für die an, weil es halt der Alltag ist. Und ich glaube, ich habe so eine Vorliebe dafür, entweder in andere Zeiten einzutauchen oder in andere Länder, an andere Orte. Wo es auch ein bisschen zur Sache geht. Also, ja. Und seit wann machst du das alles jetzt? Also hast du angefangen als Comiczeichner? Hast du angefangen als Storyboard-Artist? Oder hast du direkt gesagt, oh komm, ich versuche hier mal die Regieschule oder so? Wir haben alle nicht studiert, die jetzt bei diesem Film mitgemacht haben. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Es gibt nämlich Hoffnung für all die da draußen. Und natürlich auch für mich immer noch. Genau. Ja, also ich glaube, wir haben alle in unserer Jugend eben diese kleinen Filmchen gemacht, wo wir halt Erwachsene gememt haben in Anzügen. Dann haben wir uns da durch die Gegend gejagt. Eine Verfolgungsjagd nach der anderen. Die Comics waren halt sozusagen immer die Möglichkeit, Geschichten und spektakuläre Sachen zu erzählen, die nur Stift, Zeit und Papier erfordern. Und irgendwann halt rauszufinden, jetzt ist das möglich. Und jetzt gibt's After Effects. Und jetzt gibt's dies, jetzt gibt's jenes. Hat natürlich mit der Demokratisierung der ganzen Medien dafür gesorgt, dass mehr von dem, was in meiner Fantasie und auch in Papierform oder Comicform existiert, umgesetzt werden konnte. Und wir jetzt in so einem Sweetspot halt gelandet sind mit Hope and Glory, wo ganz viel, was wir uns vorgestellt haben, mit entsprechenden Leuten, die wir über die Jahre kennengelernt haben, wirklich umsetzbar war. Und dieser Hunger danach, eben verrückte Sachen umzusetzen, und das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, es ist halt nur das, was wir machen konnten unter den Umständen, hat uns dazu bewogen zu sagen, diese Sandkasten, den betreten wir jetzt. Aber warum ausgerechnet, ja, warum ausgerechnet der Sandkasten von George Miller? Also, ich mein, es gibt ja eine Menge Filme, mit denen man aufgewachsen ist, es gibt eine Menge Sachen, die man hätte machen können, vielleicht eine Art James-Bond-Fan-Film zum Beispiel, oder vielleicht etwas, was ein bisschen einfacher ist. Ja, ich mein, ich weiß, ich muss mich selbst über die Frage wundern, beziehungsweise ich kann die Frage selbst beantworten, weil wir hier auch unseren Kollegen Sean Bouchon hatten, der den Darth Maul Apprentice gemacht hat, auch einen Fanfilm zum Thema Star Wars, was auch, glaub ich, alles andere als eben einfach war, beziehungsweise schon eine gewisse Menge an Pain in the Ass. Ähm, aber ja, warum ausgerechnet dann Mad Max? Ich glaub, wir haben so gedacht, wenn schon, denn schon. Wenn wir uns schon in so was reinwagen, also Harry-Porter-Filme gibt's wie Sand am Meer, Star Wars, Herr der Ringe, irgendwelche Kampfszenen und so, wir wollen noch mehr irgendwie drumherum haben. Wir haben natürlich gewusst, okay, Fanfilm bedeutet automatisch, wir schießen uns ins Aus, was Festivals angeht, was kommerziellen Erfolg, was irgendwie Rebound angeht, dass irgendwas wieder zurückkommt. Aber wir haben gedacht, das ist eine Welt, in der wir halt spielen wollen über eine lange Zeit, die uns gefällt, weil die halt so vielseitig ist und weil wir da so frei sind. Und gleichzeitig, bei mir immer der Gedanke, es wäre cool, wenn George Miller irgendwie einmal Zuschauer sein kann für ein Mad Max-Abenteuer. Was vermutlich, das hab ich gestern schon im Savoy gesagt, eventuell gar nicht passiert, weil der Storyboarder Mark Sexton und auch Brandon McCarthy, der Drehbuchautor von Fury Road, sich das angeguckt haben und ihre Wertschätzung ausgesprochen haben und so. Aber sie meinten, dass vermutlich George Miller das deshalb seit Februar nicht angeschaut hat, weil er eben Mad Max The Wasteland noch in der Schublade hat und sich nicht davon beeinflussen lassen will, was andere eventuell mit seinen Figuren Hope and Glory da machen. Also, einen ähnlichen Eindruck hatte ich auch, als wir das Interview mit ihm hatten. Weil ich ihn dann gefragt hab, ich hatte ihn ja gefragt, ob er euren Film kennt, so, und er kannte es nicht. Aber er kannte auch wirklich viele andere Sachen nicht. Wir haben ihn ja auch gefragt, welche Rip-Offs er kennt und so. Und er hat auch gemeint, er guckt sich das alles nicht so an. Er kennt einen irgendwie AI- oder KI-Film, den er sich mal zu dem Thema angeguckt hat, aber das war's auch. Und ja, vielleicht gehört das einfach zum Schaffensprozess, dass man dann frei bleibt, um ja nicht irgendwie vielleicht die ein oder andere Idee von irgendjemand anderem zu übernehmen und der dann am Ende vielleicht sogar sagen könnte, ey, guck mal, das ist aber eigentlich schon bei uns im Film. Ich glaub, das ist für jemanden von seinem Kaliber wahrscheinlich so ein bisschen ... Worst Case? Oder halt zumindest auf jeden Fall so ein richtiger Nadelstich, der dann wehtut, wenn es halt nicht irgendwie seine originäre Vision ist. Könnte sein. Genau. Es ist halt wirklich ein Tribut an ihn. Der ganze Film ist auch eben gespickt mit Dingen aus den ganzen Teilen, aus dem Comic, aus dem Videospiel und all dem. Ich wünsch mir einfach, dass er noch mal die Möglichkeit kriegt, nach Furiosa irgendwie vielleicht auch mit einem halb so großen Budget mal was zu machen. Aber ich weiß nicht, ob er zurück kann, wenn er es so gewöhnt ist, in diesen Sphären gerade zu arbeiten. Ja, ich mein, er sagt ja auch, ähm, dieses Kamerasystem, was sie da benutzt haben, ne? Äh, du wirst abhängig danach, oder beziehungsweise ich bin süchtig danach geworden. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum Furiosa unbedingt 170 Millionen Dollar sein musste. Aber auf der anderen Seite sagt er halt auch, na ja, wir haben ja dann natürlich auch schon versucht, so viel Sicherheit und Schutz für alle Stuntleute und Darsteller irgendwie zu gewährleisten wie möglich. Und um es trotzdem halt spektakulär aussehen zu lassen. Und vielleicht sind das dann eben halt auch die Begleiterscheinungen, die man dann in Kauf nehmen muss, wenn man halt gerade solche Action-Szenen in Szene setzt, äh, um halt wirklich die Sicherheit am Set zu gewährleisten. Nochmal auf die Frage zurück. Ich hab's ja immer noch nicht beantwortet. Warum Mad Max? Wir haben einfach gedacht, wir können jetzt 70.000 Euro, weil die Frage wird eh gekommen, äh, da reingesteckt. Nicht jetzt als Gage für irgendjemand, sondern die sind in den dreieinhalb Jahren einfach ausgegeben worden, um eben entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Um Leute, äh, entsprechend zu bekochen, um sie von A nach B zu bekommen und eben unterzubringen. Und wir haben einfach gesagt, wenn wir dieses Geld in so ein Mad Max-Ding stecken, Leute aus Deutschland, die ein Wüstenabenteuer in Deutschland machen, dann drehen sich die Leute um. Entweder, weil sie denken, wir sind völlig wahnsinnig und haben diese Figur ein bisschen zu sehr irgendwie verinnerlicht, irgendwie in einem Unterfangen. Und dass wir, äh, eben, wenn wir das halt irgendwie schaffen, nur annähernd, unseren Mad Max-Film zu machen, weil das ist wichtig. Wir sind nicht losgezogen, um Fury Road zu machen, sondern einen Mad Max-Film zu machen. Einfach diese Figur, wie gut es geht, zu beleuchten und auch introspektiver zu sein. Damit wir auch wieder so anders sind, wie schon die anderen vier Teile, und ja mittlerweile fünf, äh, es eben zueinander sind. Und haben dann gesagt, wenn wir das halbwegs schaffen, dann werden wir auf jeden Fall Gespräche führen können mit Leuten, die so fragen, sag mal, seid ihr bescheuert? Und das, dieses seid ihr bescheuert, ihr seid doch verrückt, das ist immer halt so ein wundervoller Gesprächseröffner gewesen, was sich bisher auch schon ausgezahlt hat, ja. Aber habt ihr versucht, das Projekt auch, sag ich mal, ja, wie soll man sagen, also irgendwo an einen Mann zu bringen oder an einen Sender oder an einen Streamer oder keine Ahnung, an andere Produzenten, die dann sagen, okay, das werten wir auf Festivals auf, das, das, weiß ich nicht, das können wir hier und da platzieren, damit kriegen wir das und das Geld nochmal rein? Also gab's Ideen? Uns ging's ja nie um das Geld. Uns, äh, uns ging's immer darum, auch zu zeigen, was, äh, was wir an Filmen machen wollen und was wir, ähm, auch hier in Deutschland irgendwie vermissen an Filmen und, äh, deshalb waren wir da auch nicht großartig, dahinterher, das Geld irgendwie wieder reinzukriegen. Ähm, und das ist uns, glaub ich, auch noch nicht wichtig, also, es ist uns nicht wichtig, ähm, ja. Genau, wir haben Warner natürlich kontaktiert, weil die ja die Verleihrechte haben. Die Figurenrechte liegen ja immer noch bei George Miller selbst, den haben wir natürlich auch um seinen Segen gebeten, eben schon im Frühjahr, nie wieder was gehört. Äh, aber halt von seinen Leuten drumherum, also sein Stammstoryboarder und Brennan McCarthy haben sich eben gemeldet. Das ist auch sehr schön. Ähm, ich glaube, wir haben einfach gesagt, weil, ne, wir müssen das ja auch durch drei teilen und dann kam noch eine Summe auch vom Co-Produzenten, äh, Daniel Köhler dazu, dass, dass dieses Geld eben nicht in Urlaub geflossen ist, nicht in eine große Reise, sondern in etwas, was wir auch in uns tragen und mitnehmen und andere, ne, geben halt ganz viel Geld für eine Märklin-Modelleisenbahn aus und wir stecken's halt woanders rein und sind davon erfüllt und können's auch noch mit der Welt teilen, ne? Ja. Nicht nur in unserem Keller. Aber ich mein, jetzt waren es da über 270 Leute, die mit an diesem Film gearbeitet haben. Das ist über den Zeitraum von, wie ihr sagt, dreieinhalb Jahren, man liest im Internet auch viel, ich hab auch irgendwo mal die Zahl fünf gehört, so. Na, weil das Auto vor fünf Jahren angefangen wurde zu bauen. Das Auto wurde extra auch noch für diesen Film gebaut? Also, wir hatten zwei Interceptor, die Adrian mit seinem Bruder da gebaut hat. Adrian ist Co-Regisseur, der ist derjenige, der im Prinzip auch mich, der in mir den Funken im Prinzip, also, in mir ist es Feuer entfacht, weil er diesen Funken eben da von sich gegeben hat, indem er dieses Auto da baut und ich auf Instagram gesehen hab, hä, was ist denn das? Das ist doch der Interceptor. Und dachte halt, um diese Kernrequisite müssten wir eine Geschichte erzählen. Er hatte genau dasselbe vor und dann haben wir halt gesagt, hey, zusammen, kriegen wir's vielleicht hin. Und er hat da zwei Jahre lang drum rumgeschraubt und wir sehen's hier. In dem Fall wurde ein Jaguar und ein Gran Torino verwandelt. Eins ist richtig fahrtüchtig gewesen, das andere eher weniger, musste mehr gezogen werden als alles andere, weshalb auch ganz viel retuschiert werden musste nachher an einem Zug sein. Auf jeden Fall ist eben dieses Auto und mein Storyboard, was ja eben so ein 180-Seiten-Buch ist, was wir hier vorliegen haben, nachher etwas gewesen, was die Leute in die Hand nehmen konnten und wo wir Leute davon überzeugen konnten, hier geht die Reise hin. Hier könnt ihr sehen, das haben wir vor. Wir haben einen Plan. Wir schießen nicht einfach nur ins Blaue, sondern wir haben diese Richtung. Und dann waren eben mit Adrian, mir und Johannes diese ersten drei Säulen gegeben, auf denen das Ganze gefußt hat. Und das hat dann eben sich dann irgendwie so verselbstständigt, ja. Aber jetzt mal, wann ist sowas entstanden? Also das ist ja richtig hochwertig. Ist hier irgendwo ein Impressum drin? Ja, Storyboard. Ich mein, Freunde. Ja, das ist vor dreieinhalb Jahren entstanden und hat im Prinzip diesen Grundstein gelegt für den gesamten Film. Vor dreieinhalb Jahren? Ja, genau. Was kostet sowas in der Entstehung? Also einfach nur mal hier dieses Ding, was ich jetzt in der Hand habe. Was ist das wert? Ideell weiß ich, ja. Also wenn ich jetzt, also es sind drei Monate Arbeit, sozusagen. Ja. Und ich mein ehrlich, guckt euch die Bilder an, die sind geil. Also den Comic würde ich auf jeden Fall auch lesen. Also das gehört dir, Daniel, tatsächlich? Das gehört mir? Ja. Boah, Hammer! Genau. Ja, was ist es wert? Das ist ein drei Monate Arbeit, die ein Storyboarder dann sozusagen tagessetzemäßig da bedingsen würde. Das hat jeder gemacht, in jedem Department. Auch im Kostüm, in der Maske, wurde so viel Vorarbeit geleistet, das war's ja. Wir haben ja da acht Monate Vorarbeit geleistet, bis wir zum ersten Mal aufs Knöpfchen gedrückt haben. Rekord. Und auch wieder Stopp. Und in der Zeit, in der quasi Requisiten, Kostüme und so weiter zusammen gesammelt wurden, wahrscheinlich auch Location gescoutet und so, diese Anzahl von 275 Menschen, die da mitgearbeitet haben, die wurden dann wahrscheinlich auch in diesem Zeitraum oder über den Zeitraum hinweg rekrutiert. Das heißt, man musste bei jedem sagen, wir machen hier einen Fanfilm, da wird nicht viel bei rumkommen und am Ende machst du es für, ja, Hoffnung und Ehre. Aber nicht für nicht mehr, ja. Wie seht ihr das als gerade junge Filmmacher? Weil ich hab, wir hatten zum Beispiel letztens bei Kino Plus hatten wir den ersten Film von Christopher Nolan. Der wird ja beziffert mit 6000 Pfund irgendwie Produktionskosten. Ist natürlich so ein bisschen Milchmädchenrechnung, wenn du dann hörst, okay, die haben ein Jahr an diesem Film gearbeitet, sind immer wieder am Wochenende zusammengekommen, haben das irgendwie entwickelt. Es musste sogar unterbrochen werden, weil der eine Typ sich die Haare geschnitten hat und das war irgendwie ein Fehler und so. Und ihr habt jetzt sogar dreieinhalb Jahre. Ich meine, das ist ja Manpower oder Frauenpower, die da halt, sag ich mal, schon auch zum Einsatz kommt, die normalerweise vergütet werden würde. Was würdet ihr sagen, habt ihr jetzt so ungefähr an dann doch komplett, also ideellem Wert, sag ich jetzt mal, zusammengebracht? Kam doch auf fast drei Millionen, ne? Mal. Wie viel es gekostet hätte, ja, bestimmt drei Millionen. Genau, aber das ist das Spannende, glaube ich, an dem gesamten Projekt, dass es keiner Person um Geld ging, sondern jede Person gesehen hat, wow, da gibt es irgendwie einen Sandkasten, da kann auch ich mich drin ausleben. Und da, dann hatten wir den ersten Drehblock vorbei und die Leute haben die Bilder gesehen, haben gesagt, wow, das sieht super cool aus, ich bin beim zweiten Drehblock dabei. wir hatten sechs Drehblöcke insgesamt und es hat keine Überredungsarbeit gekostet, Leute dazu zu holen zu diesem Projekt, weil jeder gesagt hat, wow, das ist, das ist einzigartig und das ist was, was wir hier in Deutschland sonst nicht machen können und ich will da dabei sein. Aber was man halt in Deutschland auch nicht so unbedingt findet, ist eine Wüste. Wir haben lange gesucht. Ja? Lange gesucht, wir haben gesagt, irgendein Braunkohlewerk, irgendwo Lüneburger Heide, ging natürlich alles nicht und wir haben deswegen auch das immer weiter rausgeschoben, immer weiter rausgeschoben, bis alles da war, bis auf die Wüstenstenen und dann haben wir gesagt, Scheiße, der Film hat so die coolen Szenen, die für sich funktionieren, aber es fehlen diese Brücken, es fehlt auch die Weite und wir haben es im Trailer gesehen, erst diese Wüstenstenen und erst, indem wir durch den Schiffs Friedhof durchfährt, den wir von Anfang an eben konzipiert hatten, wird das Wasteland an sich klar, sonst ist es halt ein Kammerspiel und geht einfach nicht und dann hast du gesagt, Erik, lass uns nach Spanien gehen und ich so, oh nein, Spanien und wir hatten, wir hatten halt schon 24 Drehtage bis dahin gehabt, also wir waren über einen Zeitraum von? Über einen Zeitraum von anderthalb Jahren, glaube ich, ungefähr und das war klar, wir haben, wir sind immer all in gegangen, wir sind auch in der Postproduktion später, noch all in gegangen, da kommen wir sicher später noch drauf, aber es war klar, wir können jetzt nicht diese Szenen, die diese ganzen einzelnen Szenen, die wir schon gedreht hatten, verbinden, nämlich diese Fahrszenen, die können wir nicht in Deutschland drehen oder in Dänemark auf einer Insel oder so was. Stand alles zur Debatte tatsächlich, auf dem Autostrand. Dänemark? Dänemark war mal so der realistischste Punkt, aber dann hatten wir auch gesehen, im Januar, das war Januar letztes Jahr, richtig, da gibt's 18 Regentage im Monat, also es war klar, wir können keine australische Wüste in Dänemark erzählen, genau und dann war klar, okay, es wird Spanien und dann sind wir mit Mad Max Fans aus Spanien in Kontakt getreten und die haben uns dann beim Scouten so ein bisschen geholfen und ja, dann habe ich noch wahnsinnig viele Tage auf Google Maps verbracht und irgendwie versucht, so die perfekten Locations zu finden und dann sind wir tatsächlich, haben wir unser zwei Tonnen schweres Auto auf den Anhänger geladen und sind da die zweieinhalbtausend Kilometer runtergefahren. Also ihr habt die nicht Auf dem Anhänger. Ja, aber okay, aber ihr habt sie quasi rollend transportiert beziehungsweise mit einem Auto transportiert, nicht irgendwo auf den Zug gepackt oder in Fliege oder so. Das war eine wahnsinnige Truppe, die das vier Tage lang gemacht haben, von Blin aus da runter und auch wieder zurück. Also die waren acht Tage unterwegs, nur mit der Karre. Alter. Über die Alpen, Schneesturm, alles mögliche haben die mitgenommen und dann waren wir da eben in Spanien. Zum Glück eben im Januar, es war arschkalt, 0 bis 5 Grad ungefähr, auch Sandsturm und alles mögliche, sodass halt die Wüste auch leer war. Spanier mögen keine Kälte, das heißt, wir hatten alles für uns. Die Zivilgarde war auch nicht unterwegs. Ja, weil wir haben es wirklich, also die Art und Weise, wie wir es gedreht haben, kommt sehr dem nahe, wie wir Mad Max 1 auch. Also es war guerillamäßig? Richtig. Also so wie George Miller sich die Gegenden gesucht, wo kein Schwein ist, damit auch kein Schwein gestört werden kann. Richtig. Und wir haben auch Leute mit Bierkästen entschädigt. Ja, geil. Du warst dann aber immer dabei als Kameramann? Also bei jedem Blog? Ich war tatsächlich bei dem allerersten Drehblog nicht dabei, weil ich parallel zu diesem Drehblog ein anderes Projekt hatte. Und in diesem Sommer, das war der Sommer 22, glaube ich, oder 21. 21. Der Sommer 21, da hat's wahnsinnig viel geregnet. Und es war klar, jetzt das erste Wochenende, in dem es nicht regnet, das müssen wir nutzen. Und dann, genau, dann ist es leider auf das Wochenende gefallen, an dem ich keine Zeit hatte. Und hab dann mit einem Kameramann, mit Ludwig Bachmann, das Ganze durchgesprochen und der hat es dann übernommen. Und genau, dann das Glückliche an diesem ganzen Umstand war, aber dass ich dann Finn kennengelernt hab. Finn war dann mein Oberbeleuchter für die nächsten fünf Drehblöcke. Und den hab ich parallel sozusagen zum ersten Drehblog auf dem anderen Projekt kennengelernt. Und der hat wahnsinnig viel dann auch später noch gemacht. Also nicht nur Oberbeleuchtung, der war auch noch in der Produktion und ich weiß nicht, was wir gemacht hätten ohne ihn am Set. Immer wenn irgendwas nicht geklappt hat oder irgendwie erst mal negativ erschien, hat sich das später als Segen herausgestellt. Im Augenblick haben wir immer gedacht, das kann nicht wahr sein. Und dann war klar, warum wir da langsamer sein mussten, damit man entsprechend irgendwo anders einen Dominostein umstoßen konnte. Also diesen Prozess einfach dem zu vertrauen und zu sagen, nee, es ist jetzt okay, dass wir den Drehort nicht finden, weil sich ein viel besserer plötzlich auftut, von dem halt jemand erst eine Woche später erfährt. Egal, ob es nachher der Flughangar ist oder die Luftschutzstollen in Süddeutschland oder eben auch Spanien. Also es mussten bestimmte Dinge erst vorher passieren. Der Flugzeughangar war der Hideout von Lorys Mutter, ne? Genau. Und die, das wird wahrscheinlich dieses Buzzard-Versteck gewesen sein mit den Gängen, oder? Richtig. Das Buzzard-Versteck, das war woanders. Das war nicht der ... Aber das war mit den Gängen. Das war sozusagen dieser, das war so ein Luftschutzstollen aus dem Zweiten Weltkrieg, der noch nicht ausbetoniert war. Das heißt, der war noch komplett im Rohzustand und deswegen hatte der diesen Höhlenlook. Also normalerweise sind die richtig schön glatt auch und haben halt diese kleinen Räume. Und der war eben gerade reingesprengt und reingemeißelt worden und dann war der Krieg vorbei. Was gut war, aber also, ja. Und es ist eigentlich nur ein Museum. Aber du meinst, wo dieser Finale, dieser Finale Kampf oder dieser Kampf in der Mitte eigentlich stattfindet, das war noch mal eine andere Lokation. Das war noch mal eine andere. Genau, ja. Also wir hatten drei Drehblöcke bei uns in Heidenheim. Also wir kommen tatsächlich sehr viele von den Head-offs von diesen Filmen kommen aus Heidenheim. Das ist eine Stadt in Süddeutschland. Ich hab schon mal davon gehört. Ich glaub, der Verein spielt jetzt gerade in der ersten Bundesliga. Richtig. Allerdings, genau. Und deshalb hatten wir auch drei Drehblöcke in dieser Region, weil wir auch gesagt haben, wir wollen auch zeigen, man kann auch dort Filme drehen. Die Leute sind dort auch noch nicht so genervt wie in Berlin. Wenn man in Berlin sagt, wir drehen den Film, sagen alle auch, oh nee. Und da unten, ah geil, wir helfen euch und da kochen wir für euch und da sorgen wir dafür, dass das irgendwie für euch genehmigt wird. Und wir konnten natürlich auch die ganzen infrastrukturellen Vorteile für uns nutzen, dass Eltern Freunde haben, die wiederum Leute bei sich unterbringen können. Das bedeutet, weniger Hotelkosten und so weiter und so fort. Alles natürlich nicht irgendwie im großen Stil auf Produktionen, die professionell gemacht werden, übertragbar. Aber so konnten wir einfach unsere Kosten richtig schön bündeln und einfach, ja, ich sag mal, diesen Familienbonus immer so ausspielen. Ich glaub, es war noch, also ich vermute es jetzt einfach mal, es waren auch wirklich keine Darsteller an Bord, die jetzt irgendwie ein Vier-Sterne-Hotel oder sonst irgendwas verlangt haben oder so. Nein, unser Hauptdarsteller hat mit uns auf der Isomatte in irgendwelchen, äh, ja. Er hat gesagt, er könnte jetzt danach fragen, er hat gesagt, bitte steckt es in den Film, wer sich da jetzt irgendwie spart. Ähm, weil er schon gemeint hatte, er könnte das jetzt verlangen, weil er halt auch die ganze Zeit hier rumkämpfen muss und frieren muss. Und also, er hat am meisten gefroren in diesem Kostüm. Ich mein, diese Lederjacke und diese Lederstiefel, die sehen vielleicht kuschelig aus, aber wenn's 0 Grad hat, da gibt's ja keine Isolierung, da. Ja, also ich stell mir das auch nur unangenehm bei, bei, bei Hitze vor und nicht unbedingt bei Kälte, deswegen, äh, wo habt ihr ihn gefunden? Wir haben ihn nicht gefunden, das hat Adrian getan, tatsächlich. Adrian, erzähl deine Story aus dem Off. Nein, also Adrian hat einfach einen anderen Kurzfilm gedreht, schon Jahre vorher, bevor er das Drehbuch geschrieben hat und hat diesen Typen gesehen, Daniel, und hat gesagt, ich kann jetzt mal meine Lederjacke anziehen. Und das hat ihm dann so gefallen in der Lederjacke, dass er gesagt hat, du, pass auf, also wenn ich mal einen Mad Max-Film mach, dann bist du mein Max. Und das ist ein, äh, ein deutscher, der aber in Amerika lange gelebt hat, ist auch seine Stimme in dem Film und alles, hatte einen Dialect-Coach und so, einen Vocal-Coach, damit er so richtig dreckig und kaputt klingt, als hätte er jahrelang nicht mehr gesprochen und, äh, war sozusagen eine gesetzte Sache, bevor ich überhaupt an Bord kam. Was ich am Anfang erst mal nicht unbedingt wohlwollend aufgenommen hab, weil ich dachte, hä, wie, du hast schon jemanden. Aber dann hab ich den eben getroffen, wir haben uns eine Stunde unterhalten und dann dachte ich, ja, tatsächlich, ich glaub, der kann's, weil, äh, ja, er das halt noch mal ein bisschen anders macht. Wir wollten weder eine Mel Gibson noch eine Tomade-Kopie, sondern wir wollten halt Mad Max so haben. Wir haben immer da drauf geachtet, was ist das für ein Charakter und haben's halt noch mal anders als eben hier so den Wolf interpretiert. Ich finde, euer Kurzfilm hat das Wasteland so ein bisschen mit der Selbstverständlichkeit des Spiels irgendwie rübergebracht. Also, ich hab das Spiel gespielt. Ich fand das auch, ja, war grafisch jetzt halt nicht die Bombe, aber ich mochte das. Also, ich mochte sowieso eben auch das, ähm, Herr-der-Ringe-Spiel, Herr-der-Ringe-Spiel, was da aus dem gleichen Umfeld irgendwie kam und man hatte irgendwie so die, äh, Ahnung, dass das vom Open-World-Prinzip her genauso passt oder genauso gut funktioniert. Und ja, ich hab das, ich hab das sogar durchgespielt. Ich fand das, äh, sehr, sehr, ähm, unterhaltsam. Ich hab das gern gemacht. Und ja, da war das irgendwie alles so, ja klar, bei, bei Fury Road und so kriegst du's auch irgendwie einfach nur so als kleiner Brocken irgendwie hin. Aber hier bei dem, bei dem Mad Max-Spiel, wie halt auch bei eurem Film, bewegt man sich da ja deutlich selbstverständlicher oder deutlich normaler drin oder kriegt man irgendwie ein bisschen mehr mit. Wir haben bei Fury Road halt diese eine konzentrierte, diese konzentrierten Action-Szenen und da spielt die Umgebung jetzt nicht mehr die allzu große Rolle. Und bei dem Spiel, wie auch bei euch, da reist man ja erstmal wieder ein bisschen durch die Welt, um ein bisschen was zu sehen, ein bisschen was zu finden, irgendjemanden zu retten und so weiter und so fort. Und das hat mich dann echt stark an das Spiel erinnert. Und das war auch unsere Möglichkeit, das Ganze in Deutschland zu drehen. Also wir haben natürlich auch überlegt, okay, wie kann man einen Mad Max-Film in Deutschland drehen, indem man halt auch in Räume reingeht. Also das war, von Anfang an irgendwie Teil des Konzepts. Wir sind in dem Hangar, wir sind in den Höhlen, wir sind in der großen Halle und so. Und das hat uns auch gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, uns von Fury Road abzugrenzen. Also dass wir nicht als Fury Road Kopie oder sowas sehen, sondern dass wir halt sagen, okay, wir haben unsere eigenen Orte und wir erzählen Orte, die man noch nie gesehen hat vorher. Und wir können die komplett eigengestalten. Und das hat uns auch sehr viel Freiheit gegeben dann dadurch. Wir haben natürlich damals gebührt, als wir gehört haben, George Miller macht jetzt nochmal ein Mad Max-Ding, bis dann ein Jahr später rauskam, es wird Furiosa. Weil wir Schiss hatten, dass der sich auch den Buzzard widmet. Weil wir Schiss hatten, dass sich alles total doppelt. Aber jetzt mit Furiosa ergänzt sich das halt sehr gut. Also es ist jetzt keine Doppelung da, außer das Cameo von Max. Also wer Furiosa noch nicht gesehen hat, sehr, sehr ähnlich zu unserem Opening, wie er da steht. Ja, genau. Aber ansonsten, ja, es ist halt richtig schön so parallel und wir kommen an einen Ort, den wir noch nicht kennen und können was anderes erzählen. Aber viel wird ja geschrieben, gerade jetzt über euren Kurzfilm zum Beispiel, ja, verkürzt die Wartezeit, ist ein Bindeglied zwischen Furiosa und Fury Road. Seht ihr das ähnlich? Also ich würd's jetzt, ich mein, ich seh das oder ich hab das gesehen und dachte mir so, ja, okay, das könnte vielleicht eine Geschichte gewesen sein, die zwischen Fury Road und Furiosa gespielt hat. So. Aber ich find, die Anmutung ist dann doch schon ne andere. Also das ist auch ne Frage rein optisch. Wie habt ihr euch da, sag ich mal, an was habt ihr euch orientiert? Was sollte der, was sollte euer Film letztendlich repräsentieren? Mehr das alte Wasteland aus Teil 2 und 3 oder halt schon die neuen Formen? Weil ihr seid nicht so künstlich, ihr seid aber auch nicht so rough, ja, wie die alten Filme. Also ihr seid nicht, künstlich ist vielleicht, wie sagt man dazu, artifiziell stilisiert, stilisiert wäre vielleicht das bessere Wort. Ihr seid nicht so stilisiert wie jetzt ein Furiosa, aber halt auch längst nicht so rough wie noch ein erster Mad Max. Deswegen, was war da der Ansatz? Also es ist tatsächlich rein von der, von der Erzähl, von der Chronologie vor Fury Road spielt das Ganze und erzählt eigentlich schon so ein bisschen die Geschichte, wie Max zu dem wurde, wie er zu Beginn in Fury Road ist, nämlich so ein verwahrloster, wilder. Und, also das war schon von der Chronologie immer so gesetzt. Und was das Visuelle angeht, ja, haben wir uns von allen Mad Max-Teilen inspirieren lassen und haben, natürlich mussten wir auch so ein bisschen schauen, okay, was ist möglich mit unserem Budget? Wir hatten eben nicht die großen Kräne auf den Autos drauf, sondern wir hatten halt so ein kleines Quad und haben da irgendwie die Kamera dran befestigt. Also es ist schon alles sehr viel auch so Shitty Rigs an diesem Set gewesen. Sam Raimi hatte Brett. Also. Ja, total. Also es, ja genau, deshalb Look-mäßig orientiert es sich natürlich ein bisschen an Fury Road. Von den Kameraeinstellungen ist es dann mehr so Mad Max 1, äh, Mad Max 2. Ähm, und, äh, ja, also es ist eigentlich tatsächlich auch, auch visuell irgendwie in der Mitte. Ja. Und was die Welt angeht, wir kommen nicht umhin zu sagen, auch Waterworld oder Atlantis oder eben diese ganzen Rip-Offs haben wir natürlich auch irgendwie in Erinnerung gerufen. Also einfach diese schäbige Welt, wo alles nochmal wiederverwendet wird und so. Und, äh, in dem Fall haben wir auf so einem alten, ehemaligen sowjetischen Flugplatz eben gedreht, wo eben mir nicht der einzige Hangar waren. Das heißt, es gab ganz, ganz viele Hangars, wo alles mögliche Zeug rumlag. Ja, da war irgendwie, was war denn das? Eine MiG irgendwie, so eine abgeschossene, so ein Flügel, dann noch da irgendwie so ein russisches Fahrzeug und dann Panzer und Panzer, alles mögliche. Haben wir alles dann verbaut, eben in diesem Hangar im Hintergrund, wenn man sich das genau anguckt, erkennt man da alles Mögliche. Haben gesagt, wir machen das mal wirklich wie damals. Man nimmt irgendwas, baut dann da draußen ein Haus, dann ist das das Dach, dann wird dieses Fahrzeug dazu umgerüstet und haben halt all diesen Leuten da irgendwie was gegeben und eben auch vor den, hier, Waterworld und allem, äh, uns so ein bisschen verneigt, weil, ja, auch das ist ein Mad Max-Film für mich. Ja, gut, ey, why not? Why not? Es ist halt die andere Form von mehr oder Wüste, wie man immer sehen möchte. Ähm, also, aber, und das ist dann ja auch eigentlich echt nah an dem Gedanken, den Miller jetzt auch bei Furiosa hatte zum Beispiel. Weil er auch gesagt hat, ey, alles, was ihr macht und alles, was ihr baut und so weiter, darf nicht neu sein. Geht irgendwo, holt was Gebrauchtes, holt was Verschrottetes oder sonst irgendwas und die Leute sind ja durch die Secondhand-Läden, durch die Schrottplätze und was weiß ich und haben aus den Sachen, die sie dort gefunden haben, alles zusammengebaut. Genau. Und das passt ja zu dem Ding. Wann kam dann, Entschuldigung, wann kam dann aber so was, wie heißt die Firma, die hier bei Avatar zum Beispiel und Toy Story mitgemacht hat? Pickzone Images. Genau. Wie kamen die dann plötzlich dazu? Ihr habt plötzlich eine VFX-Klitsche am Start, die halt für große Hollywood-Filme zuständig ist. Ich wette, die auch bei großen Hollywood-Filmen schon ordentlich mal Beträge aufruft, zumindest was für so einen großen, budgetierten Film halt dann auch mal angebracht ist. Wie haben die das bei euch gemacht? Oder wie habt ihr die dazu gekriegt, dass die das für euch machen? Ja, Pickzone hat ein Programm, das nennt sich Emerging Talent Program, mit dem sie vor allem auch jetzt in der Corona-Zeit die Möglichkeit hatten, junge Filmemacher mit VFX-Shots zu unterstützen. Und, ähm, genau, die haben wir für uns gewinnen können. Die waren wahnsinnig begeistert von dem, was wir vorher irgendwie auch schon gedreht hatten, was wir denen zeigen konnten. Und, ähm, ja. Wobei man auch dazu sagen muss, Pickstone hat in etwa 25 Prozent von unseren VFX-Shots gemacht. Die Schiffe und was wir hier sehen. Und das, was wir jetzt sehen, das haben sie nicht gemacht. Das haben tatsächlich, wir haben auch sehr viele andere VFX-Artists einfach für uns gewinnen können, die gesagt haben, wow, äh, wieder, wieder dieser Sandkasten, ähm, wow, da kann ich, ja, mich ausleben. Da kann ich mal was machen, was ich sonst in Deutschland nicht machen kann. Und, äh, ja, die da bereit waren, auch unentgeltlich, äh, Pickstone Images sind auch sehr, sehr gut eben hier bei so Replacement-Sachen und Compositing, äh, was wir jetzt hier sehen zum Beispiel. Das sind so Sachen, die sind super, super verrückt. Und da sind die aber spezialisiert drauf, so Sachen auszuschneiden. Hier die ganzen feinen Härchen von Daniel, ähm, ja. Aber eben ganz verrückte Dinge haben wir auch viel in Deutschland gemacht. Also, Pickstone hat uns wirklich geholfen, dieses letzten 25 Prozent möglich zu machen. Wo wir wirklich gedacht haben, wie kriegen wir es hin? Weil da war dann auch unser Hensum im Prinzip unmöglich. Bis die halt gesagt haben, hey, ihr bekommt diesen Award, das ist so cool, was ihr hier macht. Ihr bekommt, äh, schickt uns mal eure Liste, was noch offen ist. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Wir haben die rübergeschickt, die haben gesagt, ja, das geht klar. Und dann, und dann haben wir das Budget ums Zehnfache, glaub ich, überschritten. Aber sie meinten, hey, wow, ähm, das ist unterstützenswert. Äh, ja. Also, die, die waren begeistert. Aber wenn, wenn du jetzt sagst, ich muss es auch mal fragen. Ja. Wenn du jetzt, oder wenn ihr jetzt sagt, ähm, ihr habt da den Leuten eine gewisse Möglichkeit gegeben, sich auszutoben. Ja. Vielleicht Dinge auszuprobieren, die sie vorher an anderen Stellen, vielleicht auch bei professionellen Produktionen, noch nie irgendwie ausprobieren durften oder an den Mann bringen konnten. Gab es dann auch Situationen, in denen dann halt wirklich einfach, ja, irgendjemand, so eine Art Prototyp oder so eine Art Blaupause von, von etwas angewandt hat, wo ihr halt auch gesagt habt, ja, tut mir leid, aber das ist noch nicht, also, ist ja schön, dass du dich mal austesten willst hier, aber wir wollen hier halt schon irgendwas haben, was am Ende ein stimmiges Gesamtbild ergibt und da können wir nicht irgendwie so eine Art Platzhalter oder sowas gebrauchen. Also gab's das auch oder gibt's das auch? Wir haben Platzhalter, zum Beispiel die Explosion am Anfang, da hatten wir ursprünglich mal Stock-Footage verwendet auch, haben wir auch gesagt, nee, wir machen was Eigenes und haben dann auf diese ganz, ganz altmodischen Effekte hier mit Farbklecksen und, äh, Miniaturen und alles mögliche zurückgegriffen und auch hier, hier sowas. Mein Bruder übrigens, Lasse, Grüße. Äh, ja, ähm, das war's eben. Wir haben eine unglaublich lange Zeit mit den Effekten auch verbracht. Anderthalb Jahre haben wir im Prinzip schon vorher, bevor der Film, äh, beendet wurde, die entsprechenden FVFX-Shots, die natürlich aufgrund der Storyboards auch definiert werden konnten, äh, rausgegeben und hatten den Leuten die Zeit gegeben, die oft bei Hollywood-Filmen Leuten nicht mehr gegeben wird, warum dann wieder auf CGI rumgehackt wird, aber wenn die halt nur eine Woche Zeit haben für irgendwas Verrücktes, die 500. Änderungsschleife kommt, ja, wie sollen sie es auch schaffen? Und ich glaube, hier war der Zeitfaktor und eben auch tatsächlich teilweise eine Lernkurve, wo jemand tatsächlich mal anderthalb Jahre in einem Shot gearbeitet hat, dann irgendwo gesagt hat, pass auf, und es war dann schon zwei Wochen bevor die Abgabearten stand, ich hab da noch mal was Neues gelernt, darf ich noch mal neu anfangen? Und dann hat er halt das, wofür er Monate vorher gebraucht hat, in drei Tagen geschafft. Und so haben dann Leute tatsächlich mit dem Projekt ... Aber es war dann besser als das, was er vorher gemacht hat? Richtig. Die haben dann tatsächlich in dem Projekt so ihr Warum gefunden oder auch ihr dafür, mach ich das jetzt, sich mal mit Blender auseinanderzusetzen, mit After Effects was zu machen, mit Maya, mit sonst was, äh, um halt entsprechend über sich hinauszuwachsen. Weil so oft, ne, YouTube-Tutorials gibt's wie Santa mehr, aber die Zeit, sich dann mal fünf Stunden, 20 Stunden, 50 Stunden damit auseinanderzusetzen, muss man sich jetzt nehmen. Im normalen Business wahrscheinlich ja nicht. Ja, ist schon okay. Okay, dann versteh ich den, den, den Punkt, warum man dann sagt, als jemand, der auch bereit ist, sich immer ständig weiterzuentwickeln, warum man sich dann sowas auf sowas wie ein Fanprojekt dann einlässt. Weil man da wahrscheinlich eben nicht die Schranken, nicht die Stränge vielleicht auch, ja, und eben halt nicht den engen Zeitrahmen hat, den so eine richtige Produktion mitbringt. Wir hatten zwar kein Geld, aber wir hatten Zeit. Wir hatten keinen Starttermin so ungefähr. Aber, ja, genau, das ist halt auch nochmal, das würde mich auch interessieren, also, gab's nicht irgendwie so ein, sag ich mal, grobes Korsett von wegen so, ah, Freunde, nach fünf Jahren sollten wir schon mal fertig sein, oder? Oh ja, ist das stimmt. Doch, das gab's schon, also, und es war so, schon hin und wieder der Gedanke so, wir müssen's aber auch fertig machen, das Projekt. Ähm, aber ich glaub, da haben wir auch nicht dran gezweifelt, aber, ähm, es gab immer diesen einen Moment, dann wird Furiosa rauskommen, das heißt, bis dahin wollen wir fertig sein. Und da haben wir dann schon auch gegen Ende hin, in dem Sound-Department, ähm, mussten wir da schon, ja, schauen, schauen, dass es fertig wird bis dahin, also, ja. Ja, ganz wichtig, das Sound-Department hab ich ganz lange streiflich vernachlässigt, war auch meine größte Lernkurve bei der ganzen Sache, ähm, weil wir am Set haben ja viel mit Generatoren gearbeitet, um Heizlüfter, irgendwie haben wir uns ständig kümmern müssen und so weiter und so fort, lauter Störgeräusche sozusagen, sodass einfach der Ton immer so hinten angestellt wird, immer visuell, visuell, alles nach vorne, Kamera und so, und das mussten wir alles nachher büßen, in dem halt ganz viel Foley gemacht werden musste und so, und im Sound-Design sehr viel gemacht werden musste, ähm, und das Sound-Design nachher eben zusammen mit der Foley-Arbeit, hier haben wir zwei Tage mit dem Interceptor dazu gebracht und da wirklich jedes Quietschen, jeden Gang, alles, was der Motor eben so macht, weil es für uns auch ein Charakter ist, der Interceptor, äh, zum Leben erweckt, ähm, eben gesagt, auch da gehen wir all in. Den Film gibt's auch in Dolby Atmos, äh, nur haben wir davon jetzt noch kein DCP irgendwie zu präsentieren, aber immerhin im Kino wird er immer in 7.1 in einem krachenden Mix eben präsentiert, wohingegen ihr auf YouTube leider mit einer 2.0 Mischung Vollieb nehmen müsst, setzt euch Kopfhörer auf, dann geht's. Also Foley-Artist nur mal für diejenigen, die es nicht wissen, das sind die Menschen, die halt dafür sorgen, dass Schritte einen gewissen Klang haben, dass, weiß ich nicht, prasselndes Feuer, Regen, Blitze, Donner, alles irgendwie ein Geräusch kriegt, beziehungsweise, wenn man sowas halt nicht live aufnehmen konnte, dass es halt nachträglich quasi. Genau, wobei die Foley-Artists sind schon die, die es selber aufnehmen. Also wir hatten drei Monate lang Geräuscheaufnahmen für das Projekt und wir hatten dann aber noch einen Sounddesigner, der, beziehungsweise mehrere Sounddesigner, die mitgearbeitet haben, aber einen, so ein Hauptsounddesigner, der dann auch Sachen aus seinen Libraries, die er aber auch zum Großteil selbst hergestellt hat, verwendet hat. Entschuldigung, wenn ich das irgendwie ein bisschen durcheinander bringen, aber ist das nicht dann, also der Sounddesigner nimmt die Sachen auf, der Foley-Artist versucht sie doch nur zu rekreieren, oder? Oder ist das inzwischen ein bisschen ... Genau, also Foley sieht jetzt zum Beispiel hier diesen Shot, sieht, ah okay, er läuft zwei Schritte, also mach ich zwei Schritte, die Lederjacke wird ruscheln, er nimmt die Lederjacke auf, wir haben noch die Shotgun, die irgendwie klappert und wir haben den Schuss, dück, dück, dück. Und der Schuss ist aber auch dann nur so ein kleiner Vorschlag, das wird dem Sounddesigner überlassen. Der Sounddesigner kreiert nachher tatsächlich den Sound von der Shotgun, den Sound des Autos, der nimmt sozusagen alles, was in der Realität ist und baut das sozusagen dramaturgisch so um. Oder kreiert zum Beispiel auch nachher das, was wir in der finalen Verfolgungsjagd hören, wo dann die Musik weg ist, das Orchester verstummt und wir nur noch so dieses Grollen so hören. Und ja, sorgt dann eigentlich ja für dieses, für das, was du nur unterbewusst in den Tiefen deines Magens irgendwie so wahrnimmst. Apropos Orchester, Budapest, Staatsorchester, nee, Budapest Scoring Orchestra, ja genau. Das sind auch noch mal bestimmt ein paar Leute. Ja. Die haben wir gar nicht mitgezählt. Die haben wir nicht mitgezählt. Da haben wir glaube ich nur den Dirigent mitgezählt. Das ist auch so eine Sache, wir sind all in gegangen. Wir wollten keine Abkürzungen gehen und ja. Das heißt, ihr seid nach Budapest gefahren und habt gefragt, ey Leute, habt ihr Zeit, wir müssen hier mal was einspielen? Nee, unser Komponist Dimitri ist, es ist auch ein, wie nennt man das? Also der ist ausgewandert, kommt aus Köln auch, ist in Philadelphia jetzt mittlerweile und hat halt gesagt, hey, das ist fantastisch, er darf normalerweise nur Imagefilme oder halt irgendwie mal eine Romcom irgendwie vertonen. Jetzt kann er mal halt mal richtig hier reinhauen und hat dann gesagt, pass auf, es wird sich anders anhören. Ich hab hier noch eine Minute übrig von so einer Session, wo ich gerne das Thema aufnehmen wollen würde, damit du mal siehst, wie unterschiedlich das klingt, hier die Streicher aus der Retorte und eben, wenn es noch mal durch einen Künstler eben fließt. Und dann haben wir die Aufnahme gehört und gesagt, okay, das ist fantastisch, wir spendieren dir noch mal fünf Minuten mit diesem Orchester, das war auch erschwinglich tatsächlich und haben dann gesagt, das klang jetzt auch so cool, mach das noch mal und am Ende hatten wir halt 15 Minuten Musik mit diesem Orchester aufgenommen, damit du eben ein Orchester hast. Das ist was anderes, als wenn du halt nur mit Samples arbeitest. Aber die kommen doch nicht nur zusammen für 15 Minuten, oder? Also ich mein, diese fünf Minuten, die dauern doch bestimmt auch noch mal so, keine Ahnung, vielleicht ein paar Stunden, bis die dann im Kasten sind? Also tatsächlich? Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde? Ja. In einer halben Stunde und das ist ein Orchester, das man speziell für sowas buchen kann. Für Filmmusik? Also das ist speziell für Filmmusik, die sind wahnsinnig professionell und in einer halben Stunde nehmen die der fünf Minuten Musik auf. Also das ist wirklich Wahnsinn. Alles natürlich über Remote. Alles über Remote. Er sitzt am Rechner über Zoom, ich sitze am Rechner über Zoom, im Kopfhörer auf und dann geht's los. Ja, das wird wahrscheinlich dann 2021 auch noch mal einen Großteil eurer Arbeit ausgemacht haben, oder? Wenn ihr mitten im Corona-Jahr angefangen habt, oder beziehungsweise? Die Musik nicht 2021. Die Musik haben wir tatsächlich erst, na gut, doch, als der Schnitt halbfertig war, haben wir angefangen zu komponieren, die ganzen Themen und alles. Und als der Schnitt fertig war, das war ja immer noch anderthalb Jahre hin, nein, sagen wir mal ein Jahr bis zur finalen Geschichte, ne? War dann irgendwann Picture-Log, dann haben wir gesagt, jetzt setzen wir das Ganze, zogen wir das Ganze fest. Aber Dreh war während Corona? Ja. Genau, der erste Drehblock war im Sommer 2021 und der letzte war im Januar 2023. Ja. Ja, da war es sich ein bisschen locker, aber hoffentlich. Ich glaub, beim ersten, genau, da war es schon. Der erste nicht. Beim ersten war mal kurz wieder, wurden die Maßnahmen wieder gelockert. Genau, das war im Sommer. Und dann wurden sie schon wieder angezogen. Also, es war wirklich auch immer so ein Bibbern. Ja, genau. Ja, ja. Was würdet ihr jetzt im Nachhinein sagen? Was war die wirklich schlimmste Szene, um sie in Szene zu setzen? Also, wirklich das Schwierigste, das Anstrengendste, der größte Frust, bis das mal im Kasten war? Da bin ich mal gespannt, was du sagst. Boah, der größte Frust. Ich glaub, ich weiß, was du sagst. Wir machen mal, du. Aber für mich ... Also, es klingt lame, aber ich ... Oder es klingt jetzt nicht so besonders, aber ich glaub, es gab tatsächlich ... Das ist das Entscheidende. Es gab tatsächlich, glaub ich, keine Szene, die ich nicht genossen hätte. Nein. Ja. Also, aber okay, sagen wir's mal so, welche hat die größten Schwierigkeiten bereitet? Genau, es gab viele, es gab wahnsinnig viele Schwierigkeiten bei dem gesamten Film. Ähm, wir sind ständig vor irgendwelchen Problemen gehangen und natürlich auch zeitlich und so weiter. Es gab sehr, sehr herausfordernde Sachen, Szenen. Aber jede Herausforderung hat auch wiederum so viel Spaß gemacht, dass ich nicht sagen würde, da gab's irgendwie eine Szene, die ich irgendwie nicht genossen hätte oder so. Ähm, ähm, es gab Szenen, die herausfordernder waren, äh, weil sie, also für mich persönlich, äh, weil sie, und dadurch aber auch spannend, zum Beispiel die, äh, Verfolgungsjagd, ähm, ganz am Ende, äh, die Kamerabewegungen, Bewegungen in dieser Verfolgungsjagd, da auf dem Quad zu sitzen und irgendwie durch einen, durch, äh, einen Steinbruch zu brettern bei Nacht und die Riesenscheinwerfer und das Ganze zu koordinieren und ja, jetzt machen wir die Einstellung, jetzt müssen wir die Scheinwerfer umbauen und so weiter. Das war eine wahnsinnige Koordinierungsschlacht, ähm, und, ähm, eine andere Einstellung war auch noch sehr, sehr, ähm, herausfordernd, aber spaßig, das war die im Brunnenschacht, ähm, weil ich da in ein paar Einstellungen tatsächlich halt in acht Meter Höhe, ähm, halt beziehungsweise Tiefe, äh, acht Meter über dem Brunnenboden, ähm, am Seil gehangen bin und auch irgendwie die Kamera so, ähm, Operators Hub und, äh, also das war herausfordernd. Aber genau, aber sowas meine ich. Genau sowas meine ich. Ich weiß gar nicht, bei wem das war. Ich glaub, Christopher Nolan, der hat uns das gesagt bei Oppenheimer, da war's irgendwie ne Szene, ähm, die war ganz popelig. Da kommt er, glaub ich, einfach nur mit der Kamera irgendwie die Treppe runter und dann muss er die Tür von dem Auto öffnen und irgendwie haben sie's nicht hingekriegt. Nee, ich mein, ey, das war halt wirklich schwierig. Wir feuern hier 10.000 Tonnen TNT in die Luft so und das war nicht so anstrengend, wie irgendwie, er muss ins Auto rein und ich muss irgendwie mit dieser Kamera da rankommen. Also deswegen, nach solchen Situationen suche ich. Und wir haben ja die, wir haben ja auch Explosionen und das war auch nicht die herausforderndste Sache. Okay. Ja, schon, also ne, dieser Moment, wenn er aus der Unschärfe in die Schärfe läuft, als er am brennenden Hang ankommt, haben wir auch tausendmal wiederholt. Ah, stimmt, ja, genau. Also ich würd sagen, frustrierend war, dass wir die Verfolgungstag bestimmt um 30 Prozent um Shots erleichtern mussten. Das wirst du im Storyboard sehen, da passiert noch viel mehr. Ist das nicht immer der Fall, dass man sich von so vielen Sachen dann im Laufe der Produktion verabschieden muss? Es ist halt schade, weil die dadurch nicht so spannend ist, find ich. Ich find sie dadurch sehr, sehr linear und er macht die platt und fertig und es gab noch halt ein bisschen Schwierigkeiten und ein paar mehr auf und ab, wer jetzt die Oberhand hat. Ich glaub, am schwierigsten war für mich tatsächlich der Hangar, wo er ankommt und der Dialog zwischen den Commander, Hope, ihm. Das war halt der erste Tag mit dieser großen Gruppe. Gleich so ne komplizierte Sache. Super komparsend. Genau, lauter. Und das Team war noch nicht eingespielt und wir hätten einfach diese Szene nicht an dem Tag drehen dürfen. Und das war einfach zu schwierig. Deswegen, die Szene wirkt für mich, kann ich so sagen, wirkt sie für mich hölzerner als sie geplant war. Das ist, wenn er wirklich dann reinkommt und da oben stehen auf diesem Podest stehen schon die zwei und der Älteste irgendwie versucht rauszufinden, was er eigentlich ist und dann gibt's ja noch seinen Adjutanten, glaub ich, der so ein bisschen scheiße ist, sag ich jetzt mal. Richtig, das ist ein richtiger Arsch, richtiger ... Ich mein, der soll ja auch eklig und schmierig und möchte gern sonst was irgendwie so sagen. Aber da hat mir ... Da bin ich mit meiner Inszenierung nicht so zufrieden. Da war ich zu sehr damit beschäftigt, kriegen wir jetzt irgendwie die ganzen Winkel hin und ja, also das ist mein großer Prust. Und es war wie bei den ganzen Filmen über außer, glaub ich, vier Drehtage war's saumäßig kalt. Also wir haben nur gefroren, wir waren komplett am Limit. Also ich glaub, man spürt es auch in diesem Film, wie sehr am Limit wir eigentlich auch waren beziehungsweise die Schauspieler auch, die dann halt teilweise oberkörperfrei bei null Grad irgendwie oder nicht, also ... Ja, wirklich, Daniel oberkörperfrei im Krankenzimmer irgendwie und das hatte null Grad. Also es war wirklich so herausfordernd und so herausfordernd, wie auch das Wasteland wäre nur halt bei Hitze. Also ich glaub, ja. Ich hätte genau die Szene bei dir auch erwartet. Ja, aber ich glaub, das ist dann auch dieser ... Du weißt, du könntest es eigentlich besser machen, du weißt, du hattest eine andere Vision und letztendlich konntest du es nicht mehr realisieren als das, was jetzt da ist. Also ich kann mir den ... Ich kann den Frust nachvollziehen. Dafür hatten wir eine Szene, mit der ich superglücklich bin und auch gestern im Kino wieder für tosendes Gelächter gesorgt hat, ist halt einfach der Mad Max, also der Moment, wenn er die Karte holt. Die Kartenszene war etwas, das haben wir noch nach Drehschluss noch gemacht, weil diese Szene eigentlich runtergefallen ist, weil der Tag schon so lang war. Aber dann hat uns eben Willi, der im Mad Max spielt, eben gesagt, hey, ich hab das schon alles vorbereitet, wir können das jetzt machen. Und nach einem Tag, wo alles schiefgelaufen ist, war das tatsächlich so ein toller Abschluss. Und es ging so leicht von der Hand mit so wenigen Takes, dass wir da, ich glaub, den ersten oder zweiten Take auch dann direkt genommen haben. Und diese Leichtigkeit, ja, das ist einer meiner liebsten Momente. Ja, cool. Ja. Ich muss sagen, mir hat die Schlägerei ganz gut gefallen, die er da in dem Basso-Hauptquartier hat. Da wollte ich auch noch mal fragen, wer hat das choreografiert? Und was ich halt ... Ich mein, wir sind im Wasteland. Wir wissen, Mad Max hat immer eine gewisse Härte. Bei eurem Film war diese Härte bislang noch nicht ... Wurde die noch nicht so ganz ausgespielt. Aber gerade bei diesem ... Ich will jetzt nicht sagen Showdown, weil es ist ja nicht der eigentliche Showdown. Aber gerade bei diesem Hand-to-Hand, bei diesem Nahkampf-Showdown, sag ich jetzt mal, da kam dann plötzlich eine Härte um die Ecke, wo ich dachte, ui, habt ihr eigentlich irgendwie vorgehabt, irgendwie einen Splitterfilm oder beziehungsweise mal so ein bisschen eher trashig und ein bisschen, ein bisschen, ja, erwachsen im Publikum anzusprechen oder was war da die Intention dahinter? Weil es ... Nicht, dass ich das nicht begrüße und nicht, dass sich das falsch anfühlt. Es war nur plötzlich auf einmal da und ich dachte nur so, hui, jetzt geht's ja mal ordentlich zur Sache. Und das hatte vorher noch nicht so stattgefunden. Deswegen war ich überrascht, wo plötzlich diese Härte herkam. Die Härte, wenn du dir das Storyboard mal anguckst, bei den Warboys ist es schon wichtig, aber genau auch später dann. Der Buzzard-Kampf war noch viel, viel blutiger. Ja? Ja, ja. Also, das ist ja noch gar nichts. Wir konnten nur aufgrund der Umstände dort nicht so viel mit Kunstblut arbeiten, weil wir das Kunstblut nicht mehr wegbekommen haben von dem Boden. Der war so porös. Wir hätten es nie wieder sauber gekriegt und wir hätten die Location nicht übergeben können. Also haben wir da sehr, sehr viel zurückstecken müssen. Deshalb mussten wir dann auch im VFX-Breakdown sieben, dass wir diese eine Blut da ... Ja, diese Blutspur, diese Blutspurte, ja. Ah, okay, deswegen war das, da hab ich mich schon gefragt, warum habt ihr denn das Blut gespritzt? Ich mein, es sah doch eigentlich echt aus die meiste Zeit. Richtig. Und, ne, er sollte eigentlich einen viel größeren Pfeil auch durch den Arm bekommen. Die Schüsse sollten auch blutige Treffer bekommen, es ist sehr viel staubig. Und Mad Max, es geht hier ums Überleben, Mad Max war noch nie für Kinder. Also, das ist so ... Ich hätte den Film, ich würde den sogar noch härter machen, wenn ich ihn noch mal machen dürfte. Also, durchweg so. Also, da, Gewalt ist nicht schön. Es geht hier, es gibt auf die Fresse, so wie bei meinem Lieblingshelden, Anita Jones. Oh, oh, Mad Max ist auch einer von den Lieblingshelden, aber, ja, also, Helden, die wirklich was mitbekommen und die sich durchbeißen müssen, die verletzt werden, die bluten, auch John McClane und alles, vermisse ich halt heute bei Marvel. Da gibt's halt, wenn's hochkommt, mal einen eleganten Kratzer irgendwie an der Stirn. Ja. Ja. Ja, ey, bin ich vollkommen bei dir. Ich glaub, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil du musst jetzt langsam weg. Es war auf jeden Fall ein sehr toller Einblick für euch da draußen auch noch mal. Ihr habt ein Making-Off auch online, ne? Soweit ich das gesehen habe? In der Mache. Das Making-Off ist in der Mache. Ah, okay, dann hab ich nur die Ange- X-Breakdown und Behind the Music haben wir online. Okay. Okay. Genau, Making-Off kommt noch. Guckt da gerne noch mal rein. Jetzt nur eine Sache noch mal ganz zum Schluss. War das insofern jetzt ein Erfolg für euch? Also verbucht ihr das als Erfolg? Ihr habt über 800.000 Klicks. So, ich hoffe, aber auch, dass irgendwie die Branche, dass Leute euch angesprochen haben, haben gesagt, ey, können wir was zusammen machen? Hast du hier Bock, da mal zu machen? Ich hab das gesehen. Willst du nicht auch mal hier irgendwie was machen? Hat das, also, gab's wirklich schon spürbaren Erfolg? Außer vielleicht den Zuspruch von Leuten, die es geil finden, weil es halt eben so ein Liebhaberprojekt ist, das über die lange Zeit wirklich so gut entstanden ist. Wir wurden schon eingeschrieben auf Instagram von verschiedensten Leuten, die mit uns sprechen wollen, wo die diese Gespräche hinführen. Ich bin gespannt. Aber ja, da stehen Gespräche aus. Zumindest sind sie schon mal da. Ja. Das wird passieren. Und dadurch, dass wir so ein Mini-Kanal sind, es wird langsam wachsen. Wir freuen uns natürlich, wenn wir die Millionenmarke irgendwann knacken. Aber ja, ich würde sagen, es war ein voller Erfolg. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und habt ihr schon nächste Projekte, also jetzt gemeinsame Projekte am Start? Oder geht jeder erstmal so seine eigenen Wege und dann mal gucken, ob man dann nochmal zusammenfindet? Ich glaube, dass Adrian und ich getrennte Regiewege gehen, aber trotzdem einander in den Projekten einfach helfen. Also, was jetzt auch immer kommt. Und das wird auf jeden Fall ein Spielfilmlänger sein und kein Fanfilm sein. Dann noch eine letzte Frage. War es denn von Anfang an wirklich so gedacht, dass der Film 40 Minuten lang wird? Oder habt ihr euch gesagt, okay, wir gucken jetzt mal, was wir gedreht kriegen und dann kriegen wir irgendeine Länge hin, die uns jetzt erstmal egal ist? Oder war das schon immer auf 40 Minuten konzipiert? Die Länge war nie festgeschrieben. Also, wir haben nie gesagt, 40 Minuten sollen es werden. Wir haben auch ja nochmal sehr viel im ganzen Prozess nochmal verändert. Also, zum Beispiel, diese Verfolgungsjagd am Ende, die hat am Anfang aus fünf Bildern bestanden. Die haben wir, dadurch, dass wir auf einmal eine Location gefunden haben, in der wir sieben Tage oder sieben Nächte lang drehen konnten, diese Verfolgungsjagd, kamen da auf einmal nochmal ganz neue Ideen irgendwie auf und die haben wir dann nochmal erweitert. Und so ging es mit ein paar Szenen, dass wir halt irgendwie Möglichkeiten gesehen haben und das dann nochmal erweitert haben oder verändert haben und wir haben uns nie irgendwie auf eine bestimmte Länge irgendwie festgelegt gehabt. Das hat dann einfach gepasst. Ja, das hat dann, genau. Wir haben immer gesagt, es ist wichtig, dass der Film sich trägt und dass es vom Rhythmus her passt. Und ja, genau. Cool. Ey, Johannes, Erik, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Die beiden waren nämlich gestern hier in Hamburg bei dem 100. Filmclub zu Gast, wo sie halt eben Hope & Glory gezeigt haben, wo wir dann nochmal Fury Road geguckt haben und die Gelegenheit dann jetzt hier nochmal mit euch zu nutzen. Das hat mich sehr gefreut. Ich meine, wir haben ja schon wirklich seit langem Kontakt gehabt. Aber du merkst, es ist wie bei eurem Film. Es braucht seine Zeit, aber irgendwann ist es da, irgendwann klappt's und deswegen freut's mich sehr, dass es jetzt geklappt hat. Also, falls ihr Bock habt, geht auf YouTube, schaut euch Hope & Glory an und dann, ja, habt ihr die beiden und alle anderen auch noch doch mal auf dem Zettel für alles, was da in Zukunft kommt. Ich wünsch euch auf jeden Fall viel Erfolg noch mit Hope & Glory und natürlich für all die weiteren Projekte, die da anstehen. Falls ihr Komparsen braucht, falls ihr irgendwie Berichterstattung braucht, falls ihr noch einen Hauptdarsteller braucht. Ich kenn da einen aus der Crew hier, der gerne mal irgendwie sein Talent unter Beweis stellen möchte. Er sagt's zumindest immer wieder gerne, aber ob er's dann macht, weiß ich leider nicht. Aber ja, also wie gesagt, falls ihr irgendwie noch mal was braucht, irgendwie irgendwas habt, wir sind stets für euch bereit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, gebt wie gesagt Hope & Glory eine Chance und ansonsten bis zum nächsten Spezialtalk oder eben bis zur nächsten Ausgabe Kino Plus. Tschüss!